Der Beifahrer Premium Relaction Sitz, sehr bequem und mit einer speziellen Liegefunktion ausgestattet. Wie man diesen Sitz in die Liegeposition bringen kann, zeigen wir jetzt. Wir drücken den hinteren Teil der Taste für die Liegeposition länger als eine Sekunde. Eine Meldung erscheint auf dem Infotainment-Bildschirm. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden drücken wir erneut für mindestens eine Sekunde auf die bereits gedrückte Liegepositionstaste. Los geht's! Der Sitz wird automatisch zurückgeklappt. Wenn der Beifahrersitz die Liegeposition erreicht hat, kann die Position der Rückenlehne und die des Sitzkissens individuell adaptiert werden, um die optimale Position zu erreichen. Um aus der Liegeposition in die Aufrechte zurückzukehren, muss der vordere Bereich der Taste für die Liegeposition länger als eine Sekunde gedrückt werden. Die Liegeposition darf nur im Stillstand genutzt werden. Natürlich muss auch die Rücksitzbank vorher von Gepäck befreit werden und in Normalposition sein. Dann steht einem Powernap nichts mehr im Wege.